Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Grimdorn in den Aschen von Malmoth, hier beim Unterschlupf des Hexenzirkels von Uchtenbock. Ja, wir gucken sehr gerne, da ist nur Mist, glaube ich zumindest. Und ich kann mir vorstellen, dass hier eventuell so das ein oder andere, guck mal, plus zwei auf Pancetti. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Doch, ich glaube, so früher oder später werden wir hier rauf zurückgreifen. Mützchen. Umhang. Ach, das sind auch Schultern. Ach so. Das ist eine Mütze und das hier sind noch Schultern. Mhm. Mhm, aber ne, Schultern haben wir ja noch was Gutes. Jedenfalls ist das hier die Fraktionsführerin, also nicht Führerin, sondern ihr seht die Fraktionshändlerin. Hier haben wir einen Kopfgeltisch, aber da dürfen wir wahrscheinlich noch nicht ran. Genau, wir sind leider noch nicht bekannt genug. Hallöchen Andros. Verzeihung, aber ich bin sehr beschäftigt. Habt ihr hier die Verantwortung? Das stimmt nicht. Du solltest mit Spester Karatea sprechen, bevor dich noch jemand für einen Google hält. Lass mich jetzt in Ruhe. Woran arbeitet ihr? Verzeihung, ist das die Plauderstunde. Lass mich in Ruhe arbeiten. Dann mache ich mich auf dem Weg. Entschuldigung. Ich dachte, es ist hier die Plauderstunde, aber scheinbar wohl nicht. Tristas Tagebuch. Hastria. Bist du gekommen, um dem Ruf zu folgen? Dem Ruf? Ja, in letzter Zeit sind viele wegen Malostrias Ruf hierher gekommen. Dank ihrer Gab ist unsere Zahl gewachsen und leidende Schwestern finden Schutz. Nee, ich habe keinen Ruf gehört. Nicht alle haben die Gabe, also ist das nachvollziehbar. Da du, äh, du bist hier immer willkommen, aber sei auf der Hut, wenn du dich außerhalb des Schutzes dieses Unterschlupfs befindest. Oktenborg ist ein heimtückischer und gnadenloser Ort, genau deswegen verstecken wir uns hier. Ihr versteckt euch? Seit Jahrzehnten diente Hexenzirkel für uns als sicherer Hafen, in dem wir vor Verfolgung und neugierigen Blicken des Kaiserreichs sicher sind. Hier sind wir außer Reichweite derer, die uns Schaden zufügen würden. Und unsere übernatürlichen Totems schützen uns vor den Schrecken des Sumpfes. Äh, ja, dann mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg. Kalia, bitte Fremder, lass mich mit meinen Gedanken allein. Gut, machen wir, Entschuldigung. Hexe des Hexenzirkels. Also komplett uninteressant, die gute Hexe des Hexenzirkels. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Hier haben wir eine Quest, aber wir gucken erstmal hier. Hexe des Hexenzirkels. Hallo? Arcane Linse. Geflüster aus dem Jenseits. Das nehmen wir auch noch mit. Aber können wir direkt alles lesen. Tristas Tagebuch. Oh. Und das Geflüster. Gut, wer bist du denn? Evok. Ah, willkommen, Bruder. Dein Ruf eilt dir voraus. Ein Ruf? Ja, in Devil's Crossing und jenseits berichtet man sich schon von deinen Taten. Aber pass auf, dass du nicht über die Stränge schlägst. Was soll das heißen? Nur ein Hinweis. Alles, was hier geschieht, wird gesehen und gehört. Du tätest gut daran, vorsichtig zu sein. Was ist das für ein Ort? Dies war einst ein Versammlungsort für Wesen von unvorstellbarer Macht. Jetzt dient er als bescheidener Unterschlupf für das, was noch von diesem Hexenzirkel übrig ist. Ist es denn hier draußen nicht gefährlich? In der Tat, man bemüht sich sehr, diesen Ort zu beschützen. An den Schutztotems und Fallen rund um den Hexenzirkel wirst du die Besonderheiten unserer Arbeit sehen. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Hexe des Hexenzirkels. Echterin Cyndia. Sei auf der Hut, Fremder. Ungebetene Gäste sind hier nicht willkommen. Entschuldigung. Tut mir ja leid. Hier oben eine Geistführerin, das gibt es nicht. Hier oben ist eine. Das könnte gut sein. Auf Wiedersehen. Tja, ich glaube, wir sind hier noch nicht so gerne gesehen. Seherin Ruggia. Ich kann es nicht so gerne sehen, die Fragen sind auf mich. Einer, der zu uns kommt, ist noch nicht bereit. Vielleicht wird er es an einem anderen Tag verstehen. Hä? Du belästigst mich gezeichneter. Verschwinde! Gut. Hallo, Rallia. So treffen wir uns wieder. Ich gebe zu, ich hatte einige Bedenken wegen deines ungewöhnlichen Geisteszustandes, aber du hast bewiesen, dass du Verständnis, ja sogar Mitleid mit den menschlichen Nöten hast. Meine Schwestern werden erleichtert sein zu wissen, dass du bereit bist, über unser Werk für die Menschen hinwegzusehen. Und ich werde dafür sorgen, dass sie davon erfahren. Keine Sorge, ich werde den anderen nichts von deinen Ursprüngen erzählen. Auch wenn sie im Kaiserreich Vorurteile erdulden mussten, sind sie davon nicht völlig frei. Das ist wohl Menschlichkeit für dich. Wie habt ihr es denn vom Bloodgrove aus hierher geschafft? Das ist die Hexe, die wir gerettet haben. Oh, wir kriegen direkt mal 250 Ruf bei Uktenbock. Schön. Es war nicht einfach, das kann ich dir sagen. Nachdem Malostria immer häufiger rief, machte ich mich auf dem Weg nach Osten in Richtung Meer. Ein Teil davon reißte ich auf dem Schiff, aber dieses schäbige Ding hielt im stürmischen Gewässer nicht lange Stand. Ich fand mich beinahe ertrunken an der Küste von Whitemire wieder. Glücklicherweise fand mich ein paar Rover, bevor es die Slyft taten. Dank ihrer Hilfe holte ich mich schnell und machte mich auf den Weg hierher. Also diese Malostria rief nach euch? Ja, sie ist ein mächtiges Medium und wurde wegen ihrer Fähigkeiten, sich den Äther zunutze zu machen, beinahe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Verstärkt durch die Kräfte der anderen Hexen rief Malostria jeden mit der Gabe, der ja sie hören konnte. Die wenigen Glücklichen, die ihre Aufforderung verstanden und die Reiseüberlebten sind hier. Das ist wirklich faszinierend und ich freue mich, dass wir direkt unseren ersten Ruf gekriegt haben. Obwohl wir theoretisch noch nichts getan haben. Einfach nur, weil wir gut sind. So, hast du irgendwas Geiles? Nee, ne? Geisterernte. Nee, nee. Das ist sowieso Zweihandschwert. Nee, nee. Schade. Eine Hose? Nein. Nö, auch keine Hose für uns. Nee. Nichts, was irgendwie interessant wäre. So, du bist auch nicht interessant. Keine Sorge. Hallöchen, Lagaria. Ja, tut mir leid, aber wenn du etwas zu erledigen hast, solltest du mit Geradia sprechen. Mach ich. Willkommen. Wir hoffen, dass du dir Wunsch in diesem Ruf findest. Abwärts von prüren Augen oder Verwaltungen von der Uninitiated. Ja, bisher alles gut und ich benötige eure Hilfe. Denn, äh... Und als Gegenleistung habe ich euch Caraxos Herz gebracht. Ich muss einerseits nach Malmoth und einen verlorenen Freund finden. Also, er heißt Ulgrim und er wurde im Kampf in die Leere gerissen. Okay, was benötigt ihr? Was hat dieses Dorf mit euch zu tun? Ich will nicht für das Dorf, nur für was verletzt. Wir haben eine Fettung des Uggdumbog in der Schwamm gegründet, um sich zu retten von der Wilderung zu retten. Recently, jemand hat es gemerkt, hat sich die Fettung des Uggdumbog gegründet. Ich kann es noch nicht erkennen, dass seine Kraft in der Schwamm gegründet ist. Und der einzige nahe Settlement ist Barrowholme. Ich bin nicht egal, was Sie tun. Wir müssen es uns zurückkommen. Mach das, und ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Ogrim zu finden. Und vielleicht sogar einen Weg, um Mammel zu finden. Das wird schon, hier haben wir dann schon die ersten neun Quests, hier haben wir dann noch mehr Quests. Ja, also, lässt sich sicherlich alles irgendwie einrichten. So. Äh, genau. Ich wollte hier einmal Konstitution verteilen. Das reicht allerdings noch nicht für das Ding, was wir noch brauchen. So, und dann... Mh... Umbandlung, ne? Ne, nicht Umbandlung. Mavens Schutz, genau. Hi. Du hast eine Quest für mich, Syndia? Sei gegrüßt, Fremder. Mir wurde gesagt, du bist auf dem Weg nach Uktenbock. Wie mutig von dir. Ich frage mich, ob du uns bei einer wichtigen Angelegenheit helfen könntest, wenn du schon da draußen bist. Was schwebt euch denn vor? Matrone Malostria ruft nach Hexen im ganz Kern, damit sie sich hier in relativer Sicherheit versammeln. Sobald sie ankommen, bin ich für ihr Überleben verantwortlich, bis sie sich an das Leben in Uktenbock gewöhnt haben. Die meisten, mit denen Malostria kommunizieren konnte, sind angekommen, mit der Ausnahme einiger Nachzügler. Das ist aber eine Weile her und wir vermuten, dass unsere zukünftigen Schwestern etwas zugestoßen ist. Falls du da draußen in Uktenbock bist, sieh dich bitte um. Sieh nach, ob sie sich verirrt haben oder noch schlimmer. Von den sich herumtreibenden Kannibalen gefangen wurden. Auch wenn sie noch nicht unter meiner Obhut sind, fühle ich mich ein wenig verantwortlich für ihr Wohlbefinden. Aber ich kann den Unterschlupf nicht einfach verlassen. Wenn du das für mich tust, werde ich dafür sorgen, dass man dich angemessen mit einigen unserer Vorräten belohnt. Die Vorräte brauche ich nicht mal unbedingt, aber ich mache gerne und ich freue mich auf den Ruf, den ich dafür kriege. So, haben wir sonst noch hier eine Quest, die ich eventuell annehmen könnte? Bei euch beiden vielleicht? Nö, keine Quest mehr. Plauderstunde ist auch nicht, ne. Okay. Dann nicht. Das Tränkchen mit Devotionspunkten zurücksetzen, das brauchen wir gerade nicht. Aber schön, dass wir es haben. Und wir bewegen uns nach Uktenbock. Tief in die Sümpfe. Eben noch in einem Wald, jetzt in einem Sumpf. Vermutlich werden die Gefahren nur noch größer werden. Wobei man ja sagen muss, bisher sind die Gefahren noch nicht so riesig gewesen. Zugegebenermaßen. Aber... Was noch nicht ist, kann ja noch werden, ne. So, wir... Kämpfen uns erstmal hier am Rande entlang. Was haben wir hier? Kriegen wir das kaputt? Nö. Keine Ahnung, was das ist. Aber... Alpha-Laubmädenhorn. Zwei Angriffe. Vielleicht würde sogar einer reichen. Oh, hi. Uktenbock Mooswerfer. Uktenblume. Und ganz viele Mücken. Ach, ist das nicht schön hier im Sumpf. Ach, herrlich. Ich habe plötzlich das Bedürfnis, hier ein Banditenlager aufzuschlagen und ein paar Rottwürmer zu klatschen. Oh, Basilisken. Hallo, meine Freunde. Kieferknochen. So, hier kommt alle fort. Da... Ach, nein. Das bewegt sich zwar, aber es ist an sich tot. Na gut. Was haben wir hier? Mokdrogens Avatar. Hallo. Hast du gekommen, um deinen Respekt zu bezahlen, mortal? Sei gegrüßt, Sterblicher. Deine Bemühungen, meinen Schrein in Astakhan wiederherzustellen, haben mich überzeugt, dass du derjenige bist, den ich benötige. Hilfst du mir bei einer dringenden Angelegenheit, die diese Region bedrohen? Klar, was braucht ihr von mir? Da meine Aufmerksamkeit anderswo gebraucht wird, muss ich mich an dich wenden und du mir bei der Säuberung eines einst heiligen Ortes helfen. Die grausame Wildnis des uralten Hains bedeutet mir sehr viel, aber durch die jüngste Katastrophe wurde er durch die Kräfte, die du bekämpfst, verdorben. Ätherische und Kothonische drohen damit, das zerbrechliche Ökosystem darin zu zerstören und sich in der Umgebung auszubreiten. Tief im Hain, im Herzen des Waldes, ist ein einst stolzer Wächter dem Befall zum Opfer gefallen. Sollte er aus dem Hain entkommen, könnte er bei deinem Volk eine unvorstellbare Verwüstung anrichten. Auch wenn ich es nur ungern sage, ist es deine Aufgabe, dich in den Hain zu begeben und diese einst prachtvolle Kreatur zu töten. Kümmerst du dich um diese Bedrohung? Ich werde mich um dein Problem kümmern. Keine Sorge. Ja, wir kriegen einen Skelettschlüssel dafür. Der ausgehöhlte Eingang. Ich mache das noch nicht jetzt, ja? Ist das okay für euch? Der uralte Hain. Da ist nämlich der Skelettschlüssel-Dungeon. Ich wusste nicht, dass wir direkt auf den zu marschieren. Sonst, naja. Aber jetzt waren wir immerhin schon mal da. Wir haben einen Skelettschlüssel bekommen. Schadet nicht, schon mal da gewesen zu sein. Auch wenn ich mich jetzt noch nicht darum kümmern möchte. Aber ich finde es schön, dass der Kollege weiß, dass wir den schreienden Astakhan befreit haben. Aber dass er nicht weiß, dass ich mich da mit ihm angelegt habe. Das finde ich wunderbar. Ganz herrlich. So. Da, der verfaulende Baumstumpf. Wieder ein bisschen Uktenblümchen. Hübsch, hübsch. Ah. Pflänze kennen. Ja. Ihr seid wirklich fürchterlich. So. Du kommst direkt weg. So. Kabam, kabam. Da ein Basilisk. Der ist auch weg. Okay. Die Blume haben wir da links. Da kommen wieder Freunde aus dem Boden. Na. Und die andere Pflanze kommt. Das kann sehr böse enden. Und als ich die Gegner gesehen habe, ist mir auch direkt wieder so der ein oder andere Tod eingefallen, den ich hier im Skelett-Dungeon von Uktenbock davon getragen habe. Eventuell, äh, also ich weiß, dass ich mindestens einmal durch solche Giftblumen draufgegangen bin. So. Das kommt weg. Ei, 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 ei. Na, ich komm lieber von hier unten. So. Viel besser. Die Uktenblume gehört uns. Die Basilisken kommen weg. Und... War da gerade? Hab ich da irgendwas? Nee. Ich dachte irgendwie kurz, dass mein Mauspfeil sich verändert hätte. Aber das hat er gar nicht. Verwirrend. Ihr kommt weg. Dich schieße ich auch an. Und du kommst auch weg. Uktenblume! Hier findet man so viele davon. Ich frag mich sowieso, warum ich die eine Uktenblume schon in Port Valvery gefunden habe. Muss ich echt sagen. Keine Ahnung, was die da gemacht hat. Aber trotzdem wollte ich sie gerne mitnehmen, weil ich nicht wusste, wie selten die sein werden. So. Ihr Golems kommt weg. Dich... Gucken wir mal an. Deine Tasche machen wir auch auf. Aber so richtig spannend ist das auch nicht gewesen. Oh nein. Pflänze kennen. Ist das eine oder zwei? Nur eine. Oh, da kommt aber noch eine. Das kriegt ja kein Damage. Ist mein Angriff wieder immer irgendwo abgeprallt. Ist immer blöd, wenn sowas passiert. Okay. Ach, hab ich... Habe ich Pilzspuren oder sowas? Also es hieß ja, dass die Pilze hier giftig sind. Kann sein, dass ich da irgendwo zu nah gekommen bin, dass da hier gerade dieser... Dieser... Giftkreis sich aktiviert... Sind das die Dinger? Ne. Hallo! Leere berührt. Ja, gleich nicht mehr. Keine Sorge. Noch eine Uktenblume. Also die sind hier wirklich nicht selten. Seid ihr die Pilze? Auch nicht. Sehen aus wie... Ich wollte gerade Puffpilze sagen. Lizzie wüsste, warum ich das sage, aber... Ohne den Zusammenhang klingt das vielleicht ein bisschen falsch. Äh... Wie heißen sie? Bovisste. Bovisste. Und wenn man drauf tritt, dann... Wenn sie nicht zu nass sind... Kommt dann die Sporenwolke raus. Und machen quasi Puff. Deswegen heißen die bei Lizzie und wir Puffpilze. Nicht, dass ihr irgendwelche komischen Sachen denkt. Ich weiß. Ihr denkt die E. Einfach weil ihr genauso verdorben im Kopf seid wie wir, aber... Ich wollte es trotzdem einmal klarstellen. Hallo! Wendigogeister. Oh, hier. Noch einmal herum. Schön. Dann gehe ich jetzt hier unten lang. Und ich habe gerade einen Dungeon gesehen. Mal schauen, was uns darin erwarten wird. Na ja, ich komme. Ich gehe mal hier oben lang. Der direkte Weg zum Dungeon. Ach, hallo Wendigogeister. Du hast gar nichts. Überhausungseingang. Gucken wir mal. Janaxia ist versteckt. Janaxia! Du brauchst dich nicht zu verstecken. Ich weiß, dass du hier bist. Wenn du an den Eingang schreibst, dass du dich hier versteckst, ist das nicht wirklich geheim. Aber ist ja nicht mein Problem. Oh. Da nicht? Oh, hallo. Hallo ihr Wendigos. Wendigogeist. Ja, von mir aus. Gebt er noch? Ne, der ist down. So. Hinfort. Und das war es auch schon. Äh, ja. Ich wollte gerade fragen, geht das Gift auch noch weg? Aber... Ich war einfach wieder zu ungeduldig. So, Janaxia. Jetzt bin ich aber wirklich auf dem Weg zu dir. Janaxia. Hallo. Janaxia, die Verräterin. Hey. Das mag ich nicht. Das mag ich auch nicht. So. Das war's. Tschüss, Janaxia. Ruf bei Homestead, ey. Warum kriege ich denn für sowas Ruf bei Homestead? Ach ja, da. Ruf für Hexenzirkel von Octodok. Das ist schon ein bisschen wahrscheinlicher. Ja. Gut. Das wäre sie gewesen. Kleiner, feiner Bosskampf an der Stelle. So. Das können wir uns mal beibringen. Juwel der königlichen Krone. Das ist das letzte königliche Ding. Jetzt haben wir's wirklich. Oh, nicht nur ich in meiner Einbildung. Weil ich auf das falsche Fenster geguckt habe. Schöne Sache. Können wir mal gucken, inwiefern das gut ist, wenn wir das ausrüsten, wenn wir das komplette Set ausgerüstet haben. Gibt dann ja plus eins auf alle... Gott, ist das gerade viel. Auf alle Fähigkeiten. Ich meine, es lohnt sich nicht wirklich, was unsere Sachen mit dem Arcanisten angeht. Weil dadurch verlieren wir ja unsere Halskette, die uns plus eins auf alles Arcanistische gibt. Das verlieren wir. Und dafür kriegen wir auf alles. Das heißt, wir kriegen plus eins auf dem Raben und plus eins auf, dass wir so ein bisschen Chaos-Damage machen. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, in Kombination mit diesem ganzen Schadensbonus und allem drum und dran, den man da erwirken kann, rentiert sich das. Aber das werden wir sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, da kam noch was raus. Ich hab's doch gesehen. Das wollen wir natürlich auch alles vernichten. Auf Skelett-Dungeon hab ich jetzt einfach keine Lust. Tut mir leid, aber das hatte ich in den letzten Folgen zu viel. Ich weiß, für euch sind die Skelett-Dungeons ein ganzes Weichen her. Für mich aber, wie ich am Anfang der Aufnahme meinte, höchstens eine Woche. Für anderthalb vielleicht. Und deswegen ist es einfach zu früh für mich. Für meinen Geschmack. So. Verfluchter Stachelpanzer. Okay. Ich dachte gerade, die wären irgendwie Eiselementar. Aber scheinbar nicht. Ich weiß nicht, was die für Elementar haben. Die aber so ein bisschen angegeistet waren oder sowas. So. Das nehmen wir uns auch mit. Schön. Das haben wir. Naja, waren hier untotig. Gibt bei den Rovern wieder Punkte. Nicht, dass die Punkte brauchen würden. Noch mehr Punkte bei den Rovern. Ich hätte gerne mehr Punkte bei Ugtenbock. Wenn ihr da nichts gegen habt. Da würde ich mich freiwillig melden. Da brauche ich gar keine anderen Punkte, wenn ich Ugtenbock kriege. So. Ah, da komme ich nicht ran. Jetzt komme ich da ran. Hi, meine Freunde. Kann ich da durch? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach, wenn ich da auch... Wenn ich da durchschießen hätte können. Okay. Das war das. Ganz viele Baumkreaturen. Auch noch welche. Hallöchen. Ugtenbock Gallenwerfer. Auch lecker. Was ist hier? Sprengstelle. Drei Dynamit. Haben wir. Gehe ich da gleich rein? Ja, ne? Oh, da. Der hat eine Pflanze beschworen. Das ist uncool. Eigentlich müsste ich eine Folgenpause machen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Hallo. Slith. Slith, Slith. Hi. Heimtückische Domäne. Ugtenbock Geheimnisse. Oh ja. Hier ist cool. Da gefällt es mir richtig. Ich bin schneller. Die Gegner machen extra Giftschaden. Oh, das ist aber cool. Da freue ich mich aber. Versteck des Urahns. Was zur Hölle ist der Urahn? Will ich das wissen, was der Urahn ist? Der Urahn scheint Tentakeln zu haben. Kann ich da durchschießen? Ja, kann ich. Hallo. Oh, bist du der Urahn? Oh, das ist aber uncool. Au, 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 au. Au, 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 au. Das hat aber Damage gemacht. Au, 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 au logorien war alter stimmt denn nicht okay aber viel stärker als der logorien viel viel stärker holy moly kommen wir machen heute trotzdem noch weg wir machen heute trotzdem noch weg ganz ehrlich was soll ich machen was soll ich machen also ich kann mir erst mal den hier noch holen jetzt stehe ich da in der komischen wasserwolke böse nein kommt hier wieder das nee 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 ich bin gar nicht im kampf lass mich mal ich muss erst mal hier so uncool nein lass mich das tut weh das tut weh das tut weh wenn ich dich sehe tut mir alles weh i can't do that i can't do that ja ich bin gleich tot nein ich konnte noch mal heilen sehr schön glück gehabt aber das war es gleich das war der urahn meine fresse was ein fisch was ein fisch ein uraltes herz gibt es eklig ok also wenn man wenn man so ein bisschen seine taktik gefunden hat dann hat es auch funktioniert aber einfach war es trotzdem nicht kann man nicht sagen dass das einfach war gut freunde das wäre es für diese folge ich finde auch wenn ich gerade zwei gestorben bin ja ich weiß war es doch relativ erfolgreich heute in dem sinne sehen wir uns hoffentlich beim nächsten mal wieder und dann wandern wir weiter durch ugtenbock mal schauen wann wir на einen punkt in ugtenbock haben wir noch bevor wir beide 그럼 schauen wir aber bis zum nächsten mal manner